Dann hätten wir die Picks für heute. Roddy, fang doch mal an. Was hast du denn? Ja, bitte. Die E-Schwalbe. Also wer kennt nicht dieses alte knatternde DDR-Moped? Mit doch sehr, wie soll ich sagen, sehr eigenem Design. Also ich finde die im Prinzip schön, nur so mit so einem ollen DDR2-Takt da jetzt auch nicht unbedingt technisch das Tollste. Haben sie jetzt irgendwie wieder aufgelegt und gibt es jetzt mit Elektromotor. Ich kann da so richtig viel nicht zu sagen, weil ich bin noch nie eine gefahren und so. Hauptständer kostet extra. Aber ich war schon versucht, mal so, vielleicht mal eine Probefahrt machen oder so. Also mein Weg zur Arbeit involviert leider ein Stück Autobahn. Deswegen ist es wahrscheinlich so eine Schwall, wenn ich das Richtige. Das ist ja praktisch, dass du gerade in München bist, weil in München gibt es EMI. Gibt es in Berlin auch. Dann kannst du ja so eine E-Schwalbe fahren. Stehen nämlich in München so ein paar... Die haben EMI hat E-Schwalben. Ich behaupte, dass das... Also es sind auf jeden Fall Schwalben. Ich nehme jetzt mal... Und die neu sind, ich glaube nicht, dass es welche mit Verbrennermotor drin sind. Ah, okay. Kostet so 5.000 bis 6.000. Ja. Je nach... Und 45 kmh. Und wie weit fährst du damit? Mit zwei Batterien kommt das Ding. Jeweils 100 oder jeweils 50? Nein, die zweite Batterie ist eine Zusatzkonfiguration. Also wenn du nur eine Batterie hast, dann ist es natürlich nicht ganz so weit. Ich weiß nicht, ob ich 120 km auf einem Moped fahren will. Insofern ist da jetzt Reichweite vielleicht auch nicht ganz so wichtig. Es sei denn, man kann nur einmal in der Woche laden, dann vielleicht schon. Ja. Also... Also ja, sind übrigens eh Schwalben bei EMI. Ja, sind eh Schwalben. Okay. Das war mir jetzt so nicht bewusst. Sagen wir nochmal kurz, was EMI ist. Das ist so ein Carsharing für Elektroroller. Also Schwalbsharing sozusagen. Ja. Okay. Ja. Ne, interessant. Es gibt ja eine... Wir wollten nochmal zu diesem Elektrorollerladen gehen. Ja. Sollten wir machen. Gibt es hier um die Ecke einen. Und das ist ja grundsätzlich auch interessant, wenn ihr in München seid, zusätzlich gibt es eine Förderung von der Stadt mit Auflagen, aber so unter gewissen Bedingungen zahlt die Stadt ein Viertel von so einem Gerät. Ja. Und das ist ja dann gar nicht so schlecht. Und sie geben auch Geld dazu, wenn du dir Ladestationen auch für Autos ans Haus baust. Und irgendwie... Ich glaube, bei den Motorrädern war das dann... Oder Elektrorädern auch. Also so kleine Pedelecs und so fördern sie auch. Und wenn du die mit Ökostrom betankst, dann gibt es nochmal mehr Geld. Oder so. Ja. Also das kann sich... Gibt es sicherlich auch in anderen Städten ähnliche Sachen. Aber das ist in München relativ hoch, die Förderung für solche Dinge. Gut. Dann... Dann...